Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr einschaltet. Quatsch. Es geht ja hier um die Bücher und nicht darum, wie ich aussehe. Gott sei Dank. Oh Gott. Ich möchte mein Bücherregal aussortieren. Nein, ich möchte meine Bücher aussortieren. So rum. Hi ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr hier vorbeischaut zum neuen Video. Wir haben heute was zusammen vor. Aber wir wagen uns heute an mein Bücherregal, was ihr hier schon teilweise erkennen könnt, und sortieren aus. Ich wage mich an ein Experiment. Ich weiß von ein paar Booktubern, dass sie tatsächlich nur ihre Lebenshighlights behalten. Zum Beispiel geht es auch so bei Sibi von Piloten Diaries. Der Kanal ist mal unten verlinkt. Und das finde ich sehr spannend. Wie würde dieses Regal aussehen, wenn ich nur noch 5 Sterne Bücher besitzen würde? Und wie mache ich das überhaupt fest? Weil es gibt Bücher, die ich seit meiner Kindheit liebe zum Beispiel, die vielleicht aber keine 5 Sterne haben. Kann ich die aussortieren? Traue ich mich das? Wie sieht mein Regal dann aus? Wird es leer sein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch ein, zwei, drei Regale drüben im Arbeitszimmer. Da stehen aber hauptsächlich meine Ungelesenen. Nicht alle. Es befinden sich auch hier ein paar Ungelesene. Aber ich kann schon sagen, die Mehrzahl davon habe ich gelesen. Und wir probieren es jetzt mal aus. Ich habe mir vorher keine Gedanken gemacht. Ich bin das Regal nicht durchgegangen. Wir gucken jetzt einfach mal. Ich habe eine kurze Hose an. Ich glaube, ich muss mich umziehen. Seht ihr mich so? Weil es ist sehr, sehr warm. Wie gesagt, nee, ihr seht mein Poppes nicht. Das ist doch super. Dann fangen wir jetzt mal an. Ich gehe jetzt einfach mal die Regale durch und zeige euch dann, was ich aussortieren würde und wo ich vielleicht Probleme habe. So, hier geht es schon los. Hier habe ich schon Probleme. Edeko von Körti habe ich damals sehr, 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 sehr geliebt. Das ist jetzt kein literarisches Werk, aber ein Werk, was mich gut unterhalten hat früher. Besonders, wenn ich schlechte Laune oder Liebeskummer hatte. Es geht um Frauen, die Neuanfang wagen. Die sich von ihren Ehemännern trennen, weil sie unglücklich sind. So was. Und das ist aber kein Fünf-Sterne-Buch für mich gewesen. Müsste ich dementsprechend aussortieren. Ich habe Angst, Leute. Was immer jetzt passieren wird, es wird passieren. Wir lassen uns ganz auf das Experiment ein. Und auch wenn ich danach wieder alles so zurücksortiere. Wir gucken uns das jetzt an. Jetzt kommen wir zu Stress und Vorurteil. Das müsste leider auch rausfliegen. Ich fand es nicht so gut. Ich fand, es war den Halb nicht wert. Ich habe es gerne gelesen. Es war kein Fünf-Sterne-Buch. Ich fand, die Romanze ist bei mir nicht richtig ein Fakt, weil wir immer nur viel erzählt bekommen haben über das Liebespaar. Aber sie selber seltenen Dialogen begleitet haben. Und da fand ich Sinn und Sinnlichkeit viel, 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 viel schöner. Deshalb müsste das auch ausziehen. Ein Kriminalroman, den ich erst vor kurzem gelesen habe, den ich gerne gelesen habe, der aber für mich jetzt nicht das Nonplusultra war. Ich fragt euch jetzt, warum ich das vielleicht mache. Ich möchte natürlich Platz schaffen, denn ich habe hier zwar noch eine Wand frei, wo ich gerne noch mehr solche Elemente anbohren würde. Und gegebenenfalls, zeige ich euch das mal, würde ich hier das Regal gerne entfernen und da noch ein zweites Regal in der Form hinstellen, damit man so ein bisschen mehr Platz hat. Und es ist natürlich auch schön, sich zu reduzieren, weil es werden mehr Bücher dazukommen. Ich merke das. Und dann nur Fünf-Sterne-Bücher zu haben, macht ja auch irgendwo Sinn, weil man die dann auch am ehesten nochmal lesen würde. Aber es gibt halt, wie bei den Klamotten, auch Bücher, die einfach uns an was erinnern. Auch wenn sie keine Fünf-Sterne bekommen haben, erinnern die uns an eine Zeit, an tolle Leserunden. Und so geht es mir zum Beispiel mit folgendem Werk. Das Ende eines Sommers, ein Buch, was ich in meiner Teenie-Zeit gelesen habe und total geliebt habe. Man sieht es auch schon da. Ich kann mich nur noch grob daran erinnern. Es geht um einen langen Sommer, um eine Sekte, irgendwo am Mississippi. Ich kann auch gerade Quatsch reden. Ein stimmungsvoller Roman über das Erwachsenwerden in der staubigen, schwülen Hitze eines Mississippi-Sommers. Leute, ich habe das vorher nicht geprobt. Also ihr seht schon, wie, das habe ich das letzte Mal vor 20 Jahren gelesen. Trotzdem ist das noch so präsent. Es ist trotzdem eventuell jetzt kein Fünf-Sterne-Buch mehr. Aber kann ich das ausmisten? Nein, nein, das muss bleiben. Weiterhin in der Kategorie Erebus 2 war für mich auch kein Fünf-Sterne-Buch. Hatte einige Mängel. Trotzdem war das der zweite Band unseres ersten Buches von dem Buchclub All You Can Read. Das ist ja dadurch allein schon ein Herzensbuch, weil ich das in meinem Leseclub gelesen habe. Und Erebus war damals, wenn mich nicht alles irrt, tatsächlich unser erstes Buch. Ja, das kann nicht ausziehen. Und generell bin ich auch sehr kritisch, was so Rezensionsexemplare angeht, weil da schenkt mir jemand ein Buch, damit ich es lesen darf und darüber meinen Quatsch erzählen kann. Also wisst ihr, was ich meine? Ich fühle mich da so geehrt von. Ich bin da so dankbar für diese Möglichkeit, dass mir das sehr schwer fällt. Aber da könnte man ja auch ein neues Zuhause für finden zum Beispiel. Ja. Das Buch hier, das fällt mir gar nicht schwer. Das zweitbeste Leben war für mich leider ein Flop. Würde ich nochmal behalten, um da halt eine Jahresrezension oder das bei den Jahresflops mit zu zeigen und nochmal darüber zu sprechen. Aber ansonsten darf es gerne gehen. Kategorie kann man machen, muss man nicht. Von Mona Kasten, ne? Ja. Begin Again hat mir so gut gefallen und ich dachte, komm, ich probiere es jetzt mal mit dieser Reihe. Die war nicht schlecht. Die war aber auch nicht toll. Die hat jetzt nicht mein Herz zum Weinen oder zum Lachen gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb müssen die eigentlich auch auf den Stapel. Aber irgendwie, die sehen auch schön aus, ne? Aber ich lese die ja nicht nochmal. Oh Gott, das ist schwer, Leute. Das ist richtig schwer. Wo ist denn, bevor wir feilen? Das habe ich das nicht. Ich habe, ich habe, bevor wir feilen gar nicht. Habe ich das damals ausgeliehen? So, hier ist auf jeden Fall der zweite Band der Alviers-Reihe und der hat mir nur so semi-gut gefallen. Ich fand den auch wieder nicht schlecht. Aber das war auch wieder nichts, was mich begeistert hat. Und bevor wir feilen, würde ich niemals aussortieren. Ganz toller Band. Das ist der erste der Reihe. Aber wo ist der? Hatte ich den damals ausgeliehen und gelesen? Das kann sein. Der hier müsste eigentlich gehen. Ist kein Fünf-Sterne-Buch. Über das Buch spreche ich definitiv in diesem Jahr nochmal. Auch bei meinen Jahresclops. Also, Herbsthaus fand ich super. Sex fand ich super. Habe ich noch nicht gelesen. Habe ich noch nicht gelesen. Werde ich aber jetzt bald lesen. Deshalb stehen die auch schon hier. Da habe ich ein Projekt bevor. Im Oktober, September. Ja. Ian Reid. Ein Autor, von dem ich jedes Buch blind, egal was draufsteht, kaufen werde. Egal, was der Klappentext sagt, werde ich jedes Buch von lesen. Blind. War einfach nur großartig. Breakdown. Breakdown. War kein Fünf-Sterne-Buch. War kein Fünf-Sterne-Buch. Saving Grace war ein Fünf-Sterne-Buch von B.A. Paris. Aber Breakdown? Nee. Der zehnte Gast. Jetzt haben wir hier wieder so ein Problemkind, Leute. War auch, ich glaube, kein Fünf-Sterne-Buch. Hatte so ein paar Lücken am Ende besonders. Aber hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und hatte eine sehr coole Atmosphäre. Und war auch eine sehr coole Leserunde mit meinen All-You-Can-Read-Midels. Unser Kandal ist unten verlinkt übrigens. Bei Instagram könnt ihr gerne vorbeischauen. Ist natürlich kein Muss. Aber den kann ich eigentlich nicht aussortieren. Aber wenn wir jetzt wirklich hart sind, dann muss der gehen. Aber man findet selten solche, das ist so ein Cozy-Crimmy. Also verschiedene Leute befinden sich in einem Hotel. Und man muss halt herausfinden, wer der Mörder ist. Und ich glaube, wir sind auch wirklich drauf gekommen. Und es hat super viel Spaß gemacht. Oh, schwierig. Nee, nee, nee. Aber Be a Paris, ja. War kein Highlight. Muss gehen. Schaut euch diesen Stapel schon mal an. Ich kann nicht versprechen, dass mich doch ein paar wieder zurück ins Regal wandern. Aber erstmal, ja. Schauen wir uns das hier mal an. Ja, Simon Beckett bleibt. Passage-Trilogie bleibt. Der Patient. Einer der besten Züller, den ich je gelesen habe. Katz-und-Maus-Spiel. Super zum Miträtseln. Interview mit einem Vampir. Creepers bleibt. Der müsste eigentlich auch gehen. Der Heimweg. Das war natürlich kein Fünf-Sterne-Buch. Aber das war der erste Fitzsig seit langem, der mich super unterhalten hat. Und dementsprechend müsste der eigentlich auch bleiben. Schwierig. So. Noch nicht gelesen. Noch nicht gelesen. So, jetzt wird's spannend. Der Trakt. Einer meiner absoluten Lieblings-Strohwilds. Trigger. Einer meiner absoluten Lieblings-Züller. Das Dorf fand ich großartig. Ich weiß, dass viele es ganz schlimm fanden. Na, das ist wieder so ein Kandidat. Die Auflösung ist auch nicht ganz rund und ein bisschen konstruiert. In dem Fall hat es mich aber nicht gestört. Das ist bei mir manchmal ganz komisch. Manchmal kann ich damit gar nichts anfangen. Wenn es zu konstruiert ist. Und manchmal stört es mich nicht, weil die Reise dahin so großartig war. Die Falle. Auch eine super schöne Erinnerung an das Buch. Weil ich das auch in meiner ganz tollen Leserunde gelesen habe. Und es mein erster Rabe war. Und es war aber... Es war kein Fünf-Sterne-Buch. Eigentlich müsste das auch gehen. Dann habe ich aber gar nichts von Rabe hier. Mir im Regal. Das finde ich auch schade. Verschließe jede Tür. Ein Zwiller, den ich in diesem Jahr gelesen habe. Absolut kein Fünf-Sterne-Buch. Ich glaube, es war sogar so ein Dreikandidat. Ich bin mir nicht sicher. Das geht. Also das ist doch ein ganz schöner Stapel, den ich aussortieren würde. Ich habe gedacht, es wären ein paar mehr Liebesromane dabei. Aber es sind tatsächlich auch ein, zwei Krimis. Krimis wollte ich schon sagen. Und Zwiller dabei. Und auch ein Klassiker. Also es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn Bücher, die ich aussortieren würde. Und wenn ich ganz, ganz ernst noch gewesen wäre, hätte halt der Fitzsack auch noch gehen müssen und Aeroboss 2. Das sind halt auch keine Fünf-Sterne-Bücher. Aber ich wollte einfach mal gucken, was sagt mein Gefühl, wie leicht fällt mir das. Und pass auf Leute, ich kann mich noch nicht ganz entscheiden, aber ich glaube tatsächlich, das sind die Bücher, die ich aussortieren werde. Ja. Das hält mir gerade richtig schwer. Ja, vielleicht konnte ich euch ein bisschen motivieren. Vielleicht hat es Spaß gemacht. Es war jetzt wirklich so ein kurzes, knackiges Video. Ich wollte ganz spontan einfach mal durchs Regal gehen und gucken, bei welchen vier- oder drei-Sterne-Büchern würde es mir vielleicht trotzdem schwer fallen, die gehen zu lassen. Und es sind schon ein paar dabei. Also hier die Mona-Kasten-Bücher würde ich, glaube ich, trotzdem gern behalten. Und am schwersten fällt es mir tatsächlich bei dem hier. Weil das hat Spaß gemacht. Das war gut. Und das würde ich auch weiter empfehlen. Und wenn dann Freunde zu Besuch kommen, die sagen, hey, hast du mein Buch, was ich das so mir empfehlen könnte, kann ich das ja gar nicht empfehlen, weil es nicht mehr da ist. So, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Es war echt ein spontanes, knackiges Video. Aber eigentlich bin ich motiviert, so viele wie möglich auch dann gehen zu lassen. Jetzt ist wieder Platz für neue, tolle Herzensbücher. Bleibt bunt. Gerne bis zum nächsten Mal. Mua. Mua. Mua.